Musik 28.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt, in der Region des Orionarms, fällt ein Nebel in sich zusammen. Musik 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 Es kommt zu einer nuklearen Kettenreaktion. Musik Die Temperatur steigt auf 15 Millionen Grad Celsius. Musik Ein Stern wird geboren. Musik Die Sonne. Musik Die Geschichte unseres Sonnensystems beginnt. Musik 50 Millionen Jahre nach dem Beginn ihrer Entstehung ist die Sonne immer noch nur ein Protosterm, ein werdender Stern, umgeben von einer riesigen Wolke aus Gas und Materie. Musik Nach weiteren 10 Millionen Jahren nehmen vier Riesenplaneten allmählich Gestalt an. Musik Es sind Gasriesen, die sich noch schnell bilden, bevor der flüchtige Stoff des Nebels verschwindet. Musik Jupiter ist bereits 50 Mal so groß wie die Erde. Musik Das Sonnensystem ist im Wandel begriffen. Musik Musik Nachdem sie sich erst auf die Sonne zubewegt haben, entfernen sich Jupiter und Saturn nun wieder von ihrem Stern und wandern nach außen. Musik Auf ihrem Weg wirbeln sie die Asteroidengürtel durcheinander. Musik Die Umlaufbahnen von Jupiter und Saturn dehnen sich aus und verändern dabei auch die von Uranus und Neptun. Letzterer, ursprünglich zwischen Saturn und Uranus gelegen, wird an den Rand des Sonnensystems geschoben. Musik Näher an der Sonne wird die leichtere, flüchtige Materie durch schwerere ersetzt. Musik Gesteinsstaub und Metalle. Musik Die Staubkörner kollidieren und verschmelzen zu Gestein. Musik Dann zu größeren Felsbrocken. Musik Felsbrocken, die schließlich schwer genug sind, um ihre eigene Schwerkraft zu erzeugen und Materie anzuziehen. Musik Auf diese Weise entstehen Gesteinsplaneten, die als tellurisch erdähnlich bezeichnet werden. Musik In unserem Sonnensystem gibt es vier davon. Musik Möglicherweise existieren in den frühen Tagen des Sonnensystems noch viel mehr von ihnen. Musik Kleinere Planeten, die an den Rand des Systems gedrängt oder von den Gravitationskräften der Sonne verschluckt werden. Musik Unser Planet, die Erde, bildet sich über einen Zeitraum von etwa 30 Milliliezen. Musik Dann, als sie etwa 50 Millionen Jahre alt ist, kommt es zu einer gigantischen Kollision. Musik 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 Bei dem Zusammenprall werden Trümmer und Teile des Erdmantels ins All geschleudert. Musik In der Umlaufbahn sammeln und verdichten sie sich und bilden den Mond. Musik Es mag unwahrscheinlich klingen, aber ausgerechnet in dieser unsteten Frühphase unseres Planeten entsteht auf der Erde das erste Leben. Musik Vor etwa vier Milliarden Jahren. Musik Aber warum gerade dann? Und wie kann es sich überhaupt entwickeln? Musik Zunächst einmal hat die Erde einen besonders privilegierten Platz im Herzen des Sonnensystems. Sie befindet sich in der habitablen, also bewohnbaren Zone. Nicht zu nah an der Sonne, aber auch nicht zu weit weg. Mit Temperaturen, die drei Aggregatszustände des Wassers zulassen. Gasförmig, fest und flüssig. Denn so geheimnisvoll die Entstehung des Lebens auch sein mag, Eines ist sicher, es wird im Wasser geboren. Musik Die Frage aber ist, wie kam all das Wasser überhaupt auf die Erde, um immerhin 70 Prozent ihrer Oberfläche zu bedecken? Der Mond liefert einige Anhaltspunkte. Die Apollo-Missionen der 1970er Jahre kehren mit kostbaren Mondgesteinproben zur Erde zurück. Die Untersuchungen ergeben, dass der Mond vor 4,1 bis 3,9 Milliarden Jahren einem intensiven Bombardement ausgesetzt war. In Form von Kometen und Meteoritenschauern, genau wie übrigens auch die Erde. Manche dieser Meteoriten und Kometen bestehen nahezu komplett aus Eis. Der noch jungen Erde liefern sie etwa 70 Prozent ihres späteren Wasservorrats. Musik Die übrigen 30 Prozent sind bereits vorhanden, als sich die Erde herauskommt. Erste Tümpel entstehen, dann erste Seen. Schließlich werden die Seen zu Meeren und die Meere zu Ozeanen. Irgendwann lässt das Bombardement nach und die Erde kühlt sich ab. Dann, vor etwa 3,8 Milliarden Jahren, tauchen in heißen vulkanischen Quellen die ersten einzelligen Organismen auf. Thermalquellen ermöglichen längere trockene und feuchte Phasen. In dieser Umgebung können sich Moleküle bilden und weiterentwickeln. Dank des Sonnenlichts und der Photosynthese wird die Atmosphäre nach und nach mit Sauerstoff angereichert. So können sich in den Ozeanen Mikroorganismen entwickeln. Es ist der Beginn der erstaunlichen Reise des Lebens, der Evolution. Aber könnte sich dieser Prozess auch anderswo abgespielt haben? Auf Planeten, die anders sind als die Erde? Merkur ist der kleinste Planet und zugleich der Sonne am nächsten. Er ist etwa so groß wie unser Mond. Auf dem Merkur herrschen extreme Bedingungen. Auf seiner Tagseite steigen die Temperaturen bis 430 Grad Celsius. Gleichzeitig fallen sie auf der Nachtseite auf bis zu minus 170 Grad. Der Merkur hat keine Atmosphäre. Den Meteoriten und Asteroiden, die seine Oberfläche geprägt haben, ist er schutzlos ausgeliefert. Merkur ist der Planet mit der höchsten Dichte im Sonnensystem. Um ihn gründlicher zu erforschen, ist im Oktober 2018 die Ariane 5-Rakete mit der Raumsonde BepiColombo auf eine siebenjährige 9 Milliarden Kilometer lange Reise gestartet. Im Jahr 2025 wird BepiColombo seinen Platz in der Umlaufbahn des Merkur einnehmen. Mit dabei sind die beiden kleineren Orbiter MPO und Mio. Sie werden Merkurs Magnetfeld untersuchen. Sie sollen auch dabei helfen, mehr über die Entwicklung dieses tellurischen Planeten und sein Verhältnis zur Sonne zu erfahren. Entgegen allem Anschein ist der Merkur kein toter Planet. In geologischer Hinsicht ist er offenbar ständig aktiv. Sein metallischer Kern kühlt sukzessive ab, wodurch sich der Planet zusammenzieht. Mit anderen Worten, Merkur wird kleiner. In vier Milliarden Jahren ist sein Durchmesser um rund 14 Kilometer auf heute knapp 4880 Kilometer geschrumpft. Auf seiner langen Reise passiert BepiColombo die Venus, den zweiten Planeten im Sonnensystem. Sie ist so groß wie die Erde und könnte einst Leben beherbergt haben. Menschen träumten davon, auf ihr zu leben. Doch ab den 1970er Jahren ändert sich der Blick auf die Erdnachbarin radikal. In der Frühzeit der Weltraumforschung sind die Eigenschaften der Venus noch weitgehend unbekannt. Schließlich ist ihre Oberfläche von einer dicken Wolkenschicht umhüllt. Doch dann startet das Venera-Programm. Es ist Teil jenes Wettlaufs ins All, den sich USA und UdSSR während des Kalten Krieges liefern. Ein Rennen um wissenschaftliche und politische Vorherrschaft. Die sowjetischen Raumsonden des Venera-Programms erkunden nach und nach die Zusammensetzung der Atmosphäre und die Beschaffenheit der Venus-Oberfläche. Sie enthüllen eine Welt, in der geradezu höllische Bedingungen herrschen. Temperaturen von 460 Grad Celsius, ein Kohlendioxid-Gehalt von 95 Prozent, dicke Schwefelsäurewolken. Und kein Magnetfeld, das vor Sonnenwinden und kosmischer Strahlung schützen könnte. Die Magellansonde der NASA, 1990 in die Umlaufbahn der Venus gebracht, bringt weitere Details ans Licht. Mithilfe eines leistungsstarken Radars erstellt sie die erste detaillierte Karte der Venus-Oberfläche. Eine Oberfläche sowohl jung als auch vulkanisch, mit riesigen Lava-Ebenen und tausenden von Vulkangipfeln. Der höchste von ihnen, Maat Mons, ragt 8000 Meter auf. Im September 2020 glaubt ein Team der Universität Cardiff in Wales, in der Venus-Atmosphäre Phosphin nachgewiesen zu haben. Phosphin, auch bekannt als Phosphorwasserstoff, ist ein farbloses, geruchloses und hochgiftiges Gas. Auf der Erde wird es von Mikroorganismen produziert. Sein Vorhandensein in den Wolken der Venus wäre erstaunlich. Denn in der sauren Atmosphäre unseres Zwillingsplaneten müsste es eigentlich sofort zerstört werden. Die Autoren der Studie halten es jedoch für möglich, dass es in den Venus-Wolken eine Lebensform geben könnte, die Phosphin produziert. Die Entdeckung gibt einem alten NASA-Projekt neuen Auftrieb. Die dauerhafte Ansiedlung in der Venus-Atmosphäre. Allerdings in angemessenem Abstand zur heißen Oberfläche. Idealerweise in einer Höhe von 50 Kilometern. Dort herrscht derselbe Druck wie auf der Erde. Und die Temperatur beträgt 75 Grad Celsius. Die Idee lautet, eine schwebende Stadt aus riesigen Heißluftballons zu erschaffen. Eine Kolonie, in der Dutzende von Menschen leben könnten. An Ort und Stelle würden sie die Zusammensetzung der Venus-Wolken analysieren. Ähnliche Pläne existieren auch für den vierten Planeten im Sonnensystem. Den Mars. Der kleinere Cousin der Erde. Halb so groß, um genau zu sein. Ein Marsjahr dauert annähernd doppelt so lange wie ein Erdenjahr. Aber seine Tage haben mit 24 Stunden und 37 Minuten eine sehr ähnliche Dauer. Seit die Menschen ihren Blick zu den Sternen richten, sind sie fasziniert vom roten Planeten. In der Antike wird der Mars aufgrund seiner charakteristischen roten Farbe mit dem griechischen Kriegsgott Ares in Verbindung gebracht. Die rote Farbe ist auf den hohen Gehalt an Eisenerzen zurückzuführen. Man könnte auch sagen, dass der Mars rostet. Vor Milliarden von Jahren erlebt er, ähnlich wie die Erde, eine gigantische Kollision mit einem jungen Planeten. Nur ein Drittel so groß wie er selbst. Aus den Trümmern entstehen Phobos, zu Deutsch Angst, und Deimos, Schrecken. Die beiden Monde gehören zu den kleinsten, natürlichen Trabanten im Sonnensystem. Phobos ist mit einem Durchmesser von 11 Kilometern 300 Mal kleiner als unser Mond. Deimos misst sogar nur 6 Kilometer. Alle 100 Jahre rückt Phobos um 1,8 Kilometer näher an den Mars heran. Nach und nach wird er dabei immer heißer werden, irgendwann in Trümmer zerfallen und schließlich einen Ring um den Mars bilden. Der rote Planet wird also zu einem Mini-Saturn werden. Ganz anders Deimos. Er entfernt sich immer weiter von der Mars-Oberfläche. Eines Tages wird er den Orbit seines Planeten verlassen und in den Weiten des Alls verschwinden. Der Mars könnte seine beiden Kinder in einigen Millionen Jahren also verlieren. Im Jahr 1948 entdeckt Gerard Köper Eis in den Polkappen des Mars. Später liefern die Aufnahmen von Mariner 9 den ersten konkreten Beweis für die Existenz von Wasser. Einst muss es hier Flüsse gegeben haben. Ursprünglich ist der Mars deutlich heißer und mit Vulkanen übersät. Vor allem aber ist er lange Zeit von Wasser bedeckt. Und das wahrscheinlich für Milliarden von Jahren. Auf dem roten Planeten gab es einst riesige Seen und sogar einen Ozean. Doch mit der Zeit kühlt der Mars, der kleiner und weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde, allmählich ab. Sein metallischer Kern gefriert und sein Magnetschild bricht zusammen, so dass Sonnenwinde seine Atmosphäre austrocknen und das Wasser verdampft. Aber wenn es hier Wasser gab und an den Polen immer noch Eis existiert, könnte es dann nicht auch Leben auf dem Mars gegeben haben? James L. Green, ehemals Chefwissenschaftler der NASA, sagt, ich glaube, dass wir kurz davor stehen, Beweise für außerirdisches Leben zu finden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Welt für eine solche Nachricht bereit ist. Green glaubt, dass die nächsten beiden Mars-Missionen gute Chancen haben, Beweise für außerirdisches Leben zu liefern. Die Liste der aktuellen Mars-Missionen ist lang. Zum Beispiel hat die NASA in Kooperation mit dem Jet Propulsion Laboratory den Rover Perseverance auf den roten Planeten gebracht. Er hat sieben wissenschaftliche Instrumente an Bord. Darunter Panoramakameras, ein Untergrundradar, Spektrometer und analytische Laser. Und einen Kleinhelikopter. Ingenuity ist das erste von Menschen gemachte Fluggerät, das auf einem fremden Planeten in die Luft geht. Der Rover verfügt über einen Gelenkarm und einen Bohrer, mit dem er Gesteinsproben nehmen kann. Vielleicht findet er im Marsboden ja verborgene Lebensformen. Organische Materie könnte auch auf unzähligen anderen Himmelskörpern im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu finden sein. Milliarden von Gesteinsbrocken, Sternenstaub und unvollendete Planeten prallen im All immer wieder aufeinander. Es sind Überreste aus der Zeit, als unser Sonnensystem entstand. Niemand könnte sie je zählen. Die kleinsten von ihnen sind kaum mehr als große Steine. Erreichen sie die Oberfläche unserer Erde, verdienen sie sich den Namen Meteoriten. Seit 1801 wurden fast 600.000 von ihnen registriert. Der kleinste bekannte Asteroid, der 2015 entdeckte TC 25, hat einen Durchmesser von gerade mal zwei Metern. Der größte, Wester, bringt es dagegen auf mehr als 500 Kilometer. Die Zahl der Asteroiden mit einem Durchmesser von über einem Kilometer wird auf etwa zwei Millionen geschätzt. Ceres mit etwa einem Sechstausendstel der Erdmasse und einem Durchmesser von 950 Kilometern gilt lange als Asteroid. Doch 2006 wird er zum Zwergplaneten befördert. Trotz seiner großen Masse und fast perfekten Kugelform verpasst er die Einstufung als Vollplanet knapp. Dafür hätte Ceres während seiner Entstehung mehr Anziehungskraft entwickeln müssen. Das aber gelang ihm nicht. Sein Gravitationseinfluss ist im Sonnensystem ohne Bedeutung. Im Januar 2017 kündigt die NASA zwei weitere Asteroiden-Missionen an. Die im Jahr 2021 gestartete Sonde Lucy soll zwischen 2025 und 2033 die Asteroiden Donald Johansson, Eurybatis, Polymele, Leukus, Orus und Patroklos umrunden. Im August 2022 startet die Sonde Psyche. Sie soll im Jahr 2026 auf den gleichnamigen Asteroiden treffen. Alles deutet darauf hin, dass er aus Metall ist. Die Analyse der mineralischen Zusammensetzung der Asteroiden gehört zu den Zielen dieser Mission. Millionen von Himmelskörpern sind reich an genau jenen Edelmetallen, die der Menschheit eines Tages fehlen werden. Daher denken Raumfahrtbehörden und Privatunternehmen zunehmend darüber nach, das Potenzial von Asteroiden auszunutzen. Dass Asteroiden sich nie zu Planeten zusammengeballt haben, wie es bei den tellurischen Planeten der Fall war, wird teilweise dem Einfluss Jupiters zugeschrieben. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Sein Radius ist elfmal so groß wie der der Erde. Seine Masse fast 320 mal größer. Er besteht hauptsächlich aus Gasen und hat streng genommen keine Oberfläche. Das bedeutet, dass eine Sonde ins Innere des Jupiters eintauchen und auf der anderen Seite wieder herauskommen könnte. Vorausgesetzt, sie könnte den höllischen Temperaturen standhalten. Im Kern des Planeten in 7000 Kilometern Tiefe ist es bis zu 30.000 Grad Celsius heiß. Jupiter ist ein sogenannter gescheiterter Stern. In dem frühen Gas- und Staubnebel, aus dem er sich bildete, existierte nicht genug Materie, um jene kritische Masse zu erreichen, die eine Kernfusion auslöst. Die Sonde Cassini umkreist Jupiter von 1995 bis 2003 und untersucht den Gasplaneten. Einen großen Erkenntnissprung ermöglicht die Juno-Mission. Die Sonde Juno erreicht den Jupiter am 4. Juli 2016 nach fünfjähriger Reise. Sie erforscht die Entstehung und Entwicklung des Jupiters und soll dabei auch die großen Fragen rund um die Entstehung unseres Sonnensystems beantworten helfen. Anders als die Erde hat sich Jupiter seit seiner Frühzeit nämlich kaum verändert. Am Ende ihrer Mission wird Juno in die Jupiter-Atmosphäre eintauchen und verschwinden. Das ist notwendig, damit die Sonde den Jupiter-Monden nicht in die Quere kommt. Jupiter hat mindestens 80 natürliche Satelliten. Vier davon sind bedeutend größer als die anderen. Ganymed, Callisto, Io und Europa. Es sind Himmelskörper, die erstaunliche Ähnlichkeit mit der Erde aufweisen. Europa, fünfmal weiter von der Sonne entfernt als der blaue Planet, fasziniert die Wissenschaft seit vielen Jahren. Ende 2018 entdeckt das Hubble-Teleskop dort Wasserdampf. Der Dampf wird offenbar von Geysiren ausgestoßen. Geysiren, deren Ursprung vermutlich unter einer Dutzende Kilometer dicken Eisschicht liegt. Dort befindet sich möglicherweise ein riesiger Ozean aus flüssigem Wasser. Die NASA hat die Entwicklung der Europa-Klipper-Sonde genehmigt. Sie wird voraussichtlich im Jahr 2024 starten. Geplant sind 45 Vorbeiflüge im Abstand von 25 bis 2700 Kilometern. Die Sonde soll mit ihren Instrumenten die Zusammensetzung des Wasserdampfes auf Europa analysieren. Und dabei mögliche, indirekte Hinweise auf außerirdisches Leben suchen. Leben existiert möglicherweise auch auf dem größten Trabanten des Atomen, Titan. Etwas größer als der Merkur ist Titan unter den Himmelskörpern seiner Größenklasse der einzige mit einer dichten Atmosphäre. Sie besteht zu etwa 95 Prozent aus Stickstoff. Auf seiner Oberfläche gibt es flüssiges Methan. Die NASA hat die Entwicklung einer ersten Erkundungsmission mit dem Namen Dragonfly offiziell bestätigt. Der Start soll 2027 erfolgen. Der Multikopter ist mit Kameras und anderen Instrumenten ausgestattet. Er soll den Äquator des Titan erforschen und Informationen über die chemische Zusammensetzung liefern. Titan verspricht ein regelrechtes Produktionslabor für organische Moleküle zu sein. Neben der Erde ist er der einzige bekannte Himmelskörper, dessen Oberfläche flüssige Bereiche aufweist. Er hat etwa zehnmal mehr Flüssigkeit als alle Ozeane der Erde zusammen. 50 Kilometer unter seiner Oberfläche wird ein riesiger Ozean aus flüssigem Wasser vermutet. Etwa 200 Kilometer tief. Ein weiterer Saturnmond ist für die Wissenschaft von großem Interesse. Enceladus. Enceladus ist ein kleiner Satellit mit einem Durchmesser von nur 505 Kilometern. Seine Oberfläche ist sehr hell und reflektiert fast das gesamte ankommende Licht. Bei einem Überflug im Jahr 2005 entdeckt die Cassini-Sonde in der Nähe des Südpols eine Region mit Wasserdampffontänen. Denn auch Enceladus besitzt einen unterirdischen Ozean aus flüssigem Wasser. Kommt das salzreiche Wasser mit dem felsigen Kern in Berührung, wird es in Grotten gedrückt. Dabei entsteht Dampf, der durch Spalten langsam nach oben steigt. Schließlich schießt er ins Freie. Es könnte also Leben geben auf diesem Mond. Rund eineinhalb Milliarden Kilometer entfernt von der Erde. In der Umlaufbahn des Saturn mit seinen berühmten Ringen. Ringe, deren Schicksal es ist, eines Tages zu verschwinden. In etwa 300 Millionen Jahren werden diese Mikrometeoriten in das Magnetfeld des Riesenplaneten stürzen. Der Planet Uranus hat 13 Ringe. Sie sind weniger komplex als die des Saturn. Uranus und Neptun, die beiden Eisriesen. Dennoch sind sie unter ihren dicken Wolkenschichten zum größten Teil flüssig. Die beiden Giganten sind zwar ähnlich groß, doch Neptun hat eine wesentlich höhere Masse. Sie unterscheiden sich auch in der Neigung ihrer Rotationsachsen. Uranus hat die im Sonnensystem einzigartige Eigenschaft, sich quer zu seiner Achsebene zu neigen. Das erweckt den Anschein, als würde der Planet um die Sonne rollen. Triton, der größte Satellit des Neptun, ist ein ganz erstaunliches Objekt. Er ist der einzige große Mond im Sonnensystem, der seinen Planeten in entgegengesetzter Richtung zu dessen Rotation umkreist. Er ist mit gefrorenem Stickstoff bedeckt und mit einer Oberflächentemperatur von minus 235 Grad Celsius, eines der kältesten Objekte im Sonnensystem. Neptuns Umlaufbahn wird von einem ehemaligen Planeten gekreuzt, Pluto. Der kleine Planetoid galt fast ein Jahrhundert lang als neunter Planet der Sonne. Im späten 20. Jahrhundert kommen in den Weiten des Sonnensystems jedoch immer mehr ähnliche Objekte zum Vorschein. Insbesondere Eris, der etwas kleiner und schwerer ist als Pluto. Diese Entwicklung veranlasst die Internationale Astronomische Union, den Begriff Planet neu zu definieren. Seit 2006 werden Ceres, Pluto und Eris als Zwergplaneten eingestuft. Im Januar 2006 startet die NASA-Raumsonde New Horizons. Sie erforscht erstmalig das Pluto-System. Plutos innere Zusammensetzung ist immer noch unbekannt. Simulationen auf der Grundlage der von New Horizons gelieferten Daten lassen jedoch die Existenz eines inneren Ozeans mit mehreren hundert Kilometern Tiefe möglich erscheinen.